Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In letzter Zeit habe ich einfach wieder unglaublich viele dumme Kommentare gefunden. Einfach irgendwie dumm oder einfach schlimme Grammatik, wo ich mir denke, wie kann das sein? Deshalb gibt es heute eine zweite Ausgabe von Dumme Kommentare. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Kleinigkeit klarstellen. Manche nehmen dieses Format irgendwie ein bisschen zu ernst. Das soll ganz ehrlich kein Deutschkurs jetzt sein, in dem Sinne, dass ich hier irgendwas beibringen will oder so. Also ich finde es einfach nur lustig, diese Kommentare. Ich mache mich wirklich einfach nur darüber lustig. Wenn ich mit irgendeinem Kumpel oder so, den ich in echt kenne, darüber rede, dann denkt der ja auch nicht, ich will ihn irgendwie belehren oder so. Dann denkt der auch nur, ja, er findet es lustig, macht sich darüber lustig und so. Und so ist das hier im Prinzip auch. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden und ich würde sagen, dann geht es mal los. Das ist so ein geiler Song. Macht mal einen Song oder Parodie zu dem Titel Roman muss leiden und Heiko ist der Coole. Klar, wenn ich Roman wäre, fände ich das auch knallkomisch, ne? Und jetzt mal am Rande. Ich stehe am Rande. Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn die Lochis so einen Song bringen würden, dann hätten sie echt das Niveau an unterster Grenze erreicht. Hey Ali, Kanon Däner zu Deans Videos kommen. Bitte, 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 Rundzeit Felix. Aber natürlich Kanon Däner zu seinem Video kommen. Aber natürlich Kanon Däner zu seinem Video kommen. Haha, get checked. Er hat geschrieben Kanon. Roman, wieso hast du deine Haare so komisch? Deine alten Haare waren besser. Wie kann man Haare zweimal hintereinander falsch schreiben? Und seine alten Haare waren besser? Wie ein Blasi schon immer sagt, soll er sich neue holen? Etwa von Penny oder Aldi? Warum macht Ben Lexer keine Videos mehr? Ruft den mal an. Das, liebe Freunde, war ein Kommentar zu einem Video von den Lochis. Woher sollen denn die das bitte wissen? Kann ja nicht mal davon ausgehen, dass sie ihn persönlich kennen oder... Auto-Tune over 9000. Woher willst denn du das bitte wissen? Selbst wenn der ganze Song voll von Auto-Tune wäre. Wäre es doch scheißegal, solange der Song sich gut anhört. By the way, auch in Auto-Tune steckt man Arbeit rein. Ja, ich will einen neuen Song, Auto-Tune, an. Ich finde, ihr komponiert die Kommentare super. U001 bla 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 bla. By the way, das war ein Kommentar zum neuen Community-Song von den Lochis. Klar, ich komponiere auch immer Kommentare. Wenn schon, komponiert man ein Lied, aber doch nicht Kommentare. Du meinst wohl eher, ihr kombiniert die Kommentare. Halbob, Doody ist das beste Spiel. Ich bin neun Jahre und spiele extreme Ballerspiele. Wenn man sich so die Rechtschreibung dieses Kommentars anschaut, dann glaube ich das gerne mit den neun Jahren. Aber, wenn er wirklich neun Jahre alt wäre, würde er doch nicht das noch dazu schreiben. Das macht kein Mensch. Und außerdem würden ja wohl die meisten neunjährigen, die Ballerspiele spielen, nicht denken, dass das was Ungewöhnliches ist. Jo, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Ob ihr's wirklich auch blöd findet, weil's wie ein Deutschkurs rüberkommt. Oder ob ihr's eher gut findet. Und was ihr so insgesamt von diesen Kommentaren, die ich jetzt vorgestellt habe, haltet. Genau, schreibt's in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.